Lalalala, lalalala, aua, die umzingeln mich schon wieder. Lach nicht. So, habe ich jetzt eigentlich, ach ne, jetzt kann ich das hier unten aufwerten, ah ja. Okay, das wird dann das nächste sein. So. Und ah ja. So viel auf einmal sofort, ey. Und du da oben, das kannst du gleich mal knicken. So. Yeah. Schwanzlieb. Und nochmal mit den Hörnern drauf. Yeah. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ja, ja. Ach, da oben sind Kristalle. Ah, die Musik hat auch was Tropisches. Das finde ich irgendwie cool. Gefällt mir besser als Dantes Froster. Hihi, Zeitlupe. Ich mag die Zeitlupe. Und bam. Benutzt deinen Schwanzschlag bei den Blöcken, um Totems anzuheben. Okay. Aua. Lässt dir das mal sein. So, wo ist der andere hier? Na, schmeiß ihn hoch. Yeah. Na, der ist doch mal down, würde ich sagen. So, was sollte ich benutzen? Mein Schwanzschlag, ne? Nein, nicht den. Um Totems anzuheben. Ah, ich konnte den Knopf reindrücken. Okay. Aber das meinte der nicht, ne? Hey, geh mal weg. Ah, du, wie ist denn ein Tief? Name, den man nicht aussprechen kann. Na, warte. Wir kriegen dich down. Ja, explodier nochmal schön. Kabumm. Jetzt gib mir deine Erfahrung. Danke. So, was ist jetzt hier los? Schwanzsieb, hat der gesagt. Nicht das. Ja, spring. Da. Der macht es nicht. Eins, zwei. Da macht er ja. Hä? Okay. Gibt's hier noch ein Knöpfchen? Hier komm ich doch her, oder? Nee. Aber hier gibt's doch... Hallo? Oh! Hier gibt's Fallen! Hier gibt es Fallen. Ich glaub es nicht. Nein, 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 nein. Ey. Nee, warte mal. Das, was da vorne ist, interessiert mich aber noch. Nein, nein, nicht den Angriff. Nicht den! Spyro macht nicht das, was ich möchte. Spyro! Genau das. Aha. Ich möchte da oben ran. Ich will den Schwanzsieb machen, aber er lässt mich nicht. Pff. Hm. Nee, irgendwie gerade nicht. Und hier komm ich ja auch nicht hoch. Finde ich ja jetzt eher doof. Vielleicht gab's hier oben noch ein Knöpfchen. Auf jeden Fall gibt's hier Krüge. Ja, ich muss mal wieder alles erkunden. Aber es scheint hier nichts zu geben, oder? Weil hier jetzt auch nicht? Nö. Hm, dann find ich das jetzt doof. Aus Prinzip. Ich mag es hier trotzdem. Aber es wäre echt toll, wenn die auch hochgehen würden. Ich würde das nochmal machen. Nein, nicht das. Oh, Spyro! Geht doch. Es geht aber nicht. Ich darf da wohl nicht hoch. Oder es kommt erst später. Das weiß man ja auch nicht. Also ich weiß es nicht. Ja, ja. Die Falle hier. Oh, ja. Du tritt auch noch drauf. Ist die beste Idee, die du hattest. Oh! Mi, 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 mi? Ist da was? Ja. Da kann ich hin. Aha. Ja, ja. Mach du mal. Ich gehe hier lang. Nee, nee. Ist okay. Ach, da seid ihr. Na, la, 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 la. Juru, Rieber, Kiki, Danze, Jackal. Was sind das für Namen? Was habt ihr euch dabei gedacht, Spieleentwickler? Kann doch kein Mensch aussprechen. Zumindest nicht vernünftig. Oh, so viel Zeug. Gut, dass ich hier langgegangen bin. Nein. Doppelsprung und... Nein. Doppelsprung. Spyro. Siehst du, manchmal macht er einfach nicht, was man ihm sagt. Dankeschön. Ah. Okay. Und dann halt... Achso, ja. Ja, ja. Hallo. Bzzzt. Ach nee, ist ja gar geil. Bzzzt. Ist ja Feuer. Bzzzt. Warte, 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 warte. Bevor du hinfällst, möchte ich dich erst schlagen. So. Da ist ja noch jemand. Ich mag das mit dem Springen und hinterher rammen. Ach komm. Na, hau mich nicht. So den Schwall habe ich jetzt auch schon wieder voll. Brauche ich aber ehrlich gesagt momentan gar nicht. Na, ja, mach du... Hm, hallo? Wieso so schnell? Hallo. Geht's dir noch ganz gut? Ich weiß, dass du da bist. Erdkanone. So sieht es also aus. Okay, Hauptsache es ist weg. Nur komme ich nicht ran. Schade. Spyro springen. Die Steuerung ist hier manchmal etwas schwierig. Komme ich denn dann auch wieder zurück dahin? Ach nee, guck mal, da sind Fledermäuse. Und eingesperrte andere Leute. Die nehmen den Käfig jetzt mit, oder wie? Okay. Das ist mein Freund. Bedeutet das, was ich denke? Ja, wir müssen ihm helfen. Hm. Oh Mann. Was denn? Stehst du nicht so darauf, anderen hilflosen Leuten zu helfen? Was bist du denn für einer, Sparks? Du bist ja mal total scheiße. Nein! Da geht's ja runter. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier unten. Dafür habe ich jemanden mit in den Tod gerissen. Ja, auf ein neues. Ich will nicht nochmal in diese Lücke fallen. Okay. Aua. Du hast ja viel Energie. Ich wollte dich abballern. Hohohohohoho. Und den Vogel da oben auch. Oh, schade. Da hinten ist noch einer. Bam. Hihihi. Da gib mir dein Zeug. Okay. Ja, du hast ja nichts gemacht. Das Spiel ist manchmal wirsch. Weißt du, ich war gerade eben noch hier hinten und auf einmal bin ich dort. Na, bei dem konzentriere ich mich ein bisschen, weil der etwas härter war als die anderen Gegner. Ja, genau deswegen. Nein, nein, nein. Mist. Das wollte ich nicht. Der hat mich geschubst. Na, ist ja jetzt auch wieder voller Energie. Natürlich. Ich hasse dich. Ja, aber so wird das doch. Schön, schön. Schön, schön. Ja, so gefällt mir das. Na, geht kaputt. Dankeschön. Gib mir das Zeug. Ich mag Zeug. Ja, noch mehr Zeug. Fällt mir das Zeug. Oh, nicht wieder runterfallen. Nein, nein. Ach. Hier fällt man so leicht runter. Okay, auf geht's. Ja. Und die Teile da oben sind jetzt natürlich weg. Na gut, dann gehen wir weiter. Da oben. Was? Da. Kristalle. Wie komme ich denn da ran? Gleich bestimmt irgendwie, hoffe ich. Da kommt doch wieder was raus. Ich drück trotzdem. Hups. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Alles klar. Ah. Oh, ich wusste es. Wie ich es wusste. Oh, geahnt habe. So ist es ja correct. Da will ich hoch. Warte, dann muss ich aber erst hier hoch. So. Ja, genau. Ist das eine Kiste? Nee, das ist Dynamit. Uhu. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, so geht's auch. Ich kriege Fallschaden. Ehrlich? Ja, ich gehe den Weg dann nochmal, ne? Ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, da von unten irgendwie raufzuspringen. Ja. Machst du noch ein paar, 3000 Mal. Hier hinten war ich noch gar nicht, ne? Achso, hier war ja auch nichts Besonderes. Okay. Ah, egal. Ich vermassle heute eh alles. Wo muss ich denn genau lang jetzt? Ich glaube, da oben. Oder? Nee, das sieht nicht so aus irgendwie. Wo muss ich hin? Ah, ich finde die Musik cool. Nee, da geht's doch nicht lang. Fall doch nicht runter. Kann ich hier rauf? Ja. Aha. Okay. The fuck? Honestly, da geht's doch letztendlich. es kamen. Untertitelung des ZDF, 2020